So, Wochenende, Food Diary Nummer 27 startet. Ich habe mir ein großes Frühstück gemacht, ein Müsli. Ja, da ist sehr viel Wasser heute drin. Ich liebe das, wenn durch die Haferflocken so eine schöne Hafermilch entsteht. Und natürlich, wir dürfen die Flüssigkeit ja nicht außer Acht lassen. Wir müssen täglich viel Flüssigkeit zu uns nehmen. Heute habe ich Himbeeren da drin. Ich muss euch mal so ein bisschen neigen. Also, Himbeeren, Kiwi, eine Orange, eine halbe Maracuja. Dann habe ich da eine Banane drin, die ist gematscht unter die Haferflocken. Das ist mein selbstgemachtes Granola. Und eine Kakaobohne habe ich mit drin. Und das ist ganz, ganz lecker und sättigend. Ich wollte was sagen zum Gewicht. Ich wurde nämlich gefragt, Michaela, wie viel hast du denn jetzt schon abgenommen? Warum machst du ja jetzt schon ganz lange Diät? Was ist jetzt los? Weil der Bernd wiegt sich ja jeden Tag. Und ich wollte dazu sagen, ich wiege mich nicht täglich. Denn erstens, stresst mich das total. Und zweitens erwarte ich nicht täglich eine Gewichtsabnahme. Denn ich mache ja keine Diät in dem Sinne, dass ich schnell abnehmen möchte. Sondern ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich nehme zwar ab, ich wiege jetzt, ich habe mich extra für euch heute gebogen, 64 Kilo. Und gestartet habe ich mit 66,7 oder 67,6. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich aufgeschrieben. Aber jedenfalls erwarte ich jetzt hier nicht, dass täglich Kilos putzeln. Es wird über die Zeit mit der High Carb, Low Fat Ernährung, also vollwertig pflanzlich, nimmt man ab. Sobald der Körper dazu bereit ist. Vielleicht braucht er erstmal die Nährstoffe, um sich zu heilen. Viele Sachen wieder reinzumachen. Ich habe euch erzählt, mir ging es nicht gut in Griechenland. Jetzt geht es mir schon viel besser. Und im Inneren des Körpers arbeitet die Medizin, die Nahrung. Und irgendwann purzeln die Funde von ganz alleine. Tun sie auch jetzt schon. Nur halt sehr langsam. Und diese Ernährung ist nicht dafür gedacht, um jetzt schnell abzunehmen und dann wieder so zu essen, wie man vorher gegessen hat. Sondern das bleibt so. Also wir essen weiterhin, also ich, ich esse weiterhin vollwertig, pflanzlich. Livia macht so wie ich. Ich muss immer gestikulieren beim Videos machen. Genau. Und jetzt darf ich mir mal Frühstück schmecken. So, bis gleich. So, ich wollte noch weitererzählen eben, wie das ist mit dem Abnehmen und so. Es kommt natürlich auch darauf an, aus welcher Position man diesen Ernährungswechsel startet. Ja? Wir haben doch keinen Ablauflauf heute noch, oder? Ja! Können wir auch essen. Damit meine ich natürlich jemand, der jetzt jahrelang Diät gehalten hat, immer sich limitiert hat, immer Kalorien gezählt hat. Dies darf ich nicht essen, das darf ich nicht essen. Und auf einmal darf man so viel essen, wie man möchte, dann hat man einige Tanks aufzufüllen. Und das kann auch sein, dass man dann zunimmt in erster Linie. Das ist aber nicht schlimm. Das geht alles mit der Zeit, wenn der Körper merkt, okay, ich muss nicht mehr hungern, ich muss nicht alles aufsaugen. Ich kriege immer Essen, ich habe immer genug, ich werde nicht mehr limitiert. Dann kann er das alles fallen lassen. Und natürlich jemand, der, sag ich mal, bei meiner Größe ungefähr 1,65, 120 Kilo wiegt, wenn diese Person startet, ist es, ja, verliert man schneller Gewicht, als wenn jemand, so wie ich jetzt bei 65, 67 Kilo startet, dann, ja, also ich habe ja jetzt nicht so viel abzunehmen, wie jemand, der das Doppelte wiegt. Damit möchte ich niemandem zu nahe treten. Das ist einfach so, dass ja mein Körper weniger, ja, abzugeben hat. Und, ähm, genau, also bitte geht an diese Ernährung nicht ran, wenn ihr einfach nur abnehmen möchtet. Dafür ist, also einfach nur abnehmen und dann wieder den ganzen Schrott essen, den man vorher gegessen hat, so, wir ja auch, ne, ich habe auch viel Ersatzprodukte gegessen und sowas, das ist alles. Ich mache immer so, sogar Livia fällt es auf. Ähm. Genau, also es ist einfach eine Lifestyle-Änderung. Wir nehmen gesunde Lebensmittel zu uns, hauptsächlich vollwertige. Wir haben natürlich auch Weißmehl bei uns in der Ernährung, das ist nicht, äh, gesund. Das möchte ich auch irgendwann ersetzen, sowas wie Basmati-Reis in Vollkornreis und sowas. Aber auch wir sind ja in einem Prozess. Mir schmeckt einfach Basmati-Reis viel besser als Vollkornreis. Wenn ihr einen geilen Reis habt, Vollkornreis, eine Sorte, die schmeckt, dann schreibt mir das bitte. Mir fällt das wirklich schwer. Ja, auch Vollkornnudeln, ich mag das einfach nicht. Ey, sorry, aber wir haben es ausprobiert. Ich mag es nicht. Ich habe den Tag auch Süßkartoffeln ausprobiert. Ich habe die schon oft ausprobiert und immer habe ich gedacht, was finden die alle an Süßkartoffeln? Jetzt habe ich gedacht, komm, versuchst es nochmal, give it a try. Aber nur um festzustellen, ich mag die einfach nicht, ne? Nichts zu machen. Naja, und genau, so, wenn ihr noch Fragen habt zum Abnehmen, dann, äh, zum Abnehmen, zu der Ernährung, dann schreibt mich gerne an, entweder hier in den Kommentaren oder auf Instagram könnt ihr mir gerne schreiben. Und, ja, wir wissen nicht genau, wir haben einen Essensplan, wir machen ja immer einen Essensplan und kaufen danach einen und der ist irgendwie weg, deswegen wusste ich nicht, was wir heute essen sollen. Aber ich habe ja gestern den geilen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf gemacht, da habe ich euch das Rezept gestern geteilt und ich denke, wir machen uns das einfach warm. Jo. Ich habe mir jetzt einen Salat gemacht, da ist drin, äh, meine, mein Grundsalat, den ich mir vor zwei Tagen gemacht habe, und zwar Rucola, Eisberg, ein Salatherz und Rotkohl reingeraspelt. Dann habe ich meinen Avocado-Dressing mit, so eingeknetet in diesen Salat. Ein paar Kidneybohnen und Mais, Tomaten, rote Zwiebeln und einen Rest selbstgemachten Krautsalat, das ist ein Rezept aus unserem Kochbuch, ich nehme dich sofort auf den Arm und das lasse ich mir jetzt schmecken. Nimmst du auch Salat? Genau, guten Hunger. Oh, guck mal, unser neuer Tisch für draußen, da habe ich jetzt hier Essen. Das ist jetzt für uns das Mittagessen, ist ein bisschen wenig für uns alle, also das wird uns nicht lange satt halten. Kartoffel-Brokkoli-Auflauf mit einer vollwertigen Cashew-Käse-Sahne-Soße, also ist vegan und vollwertig. Kartoffel-Brokkoli-Auflauf mit einer vollwertigen Cashew-Käse-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne-Sahne. Das Klebezeug hält nicht. Jetzt hoffe ich, dass das hält. Stopp! Hallo. Hier Papa. Hier. hier. Hier ist das Meiler, der hier. Noch mehr. Komm her. Prost! Danke. Ananas. Jetzt machen wir Orangens aus. So, jetzt haben wir alle wieder Hunger. Ich habe hier Basmati-Reis und gelbe oder rote Linsen zusammengekocht und hier braten jetzt Zwiebeln, Knoblauch, viel Knoblauch, drei kleine Kartoffeln, eine halbe rote Paprika, eine halbe Zucchini. Genau, das habe ich mit im Wasser so angebraten, also ohne Öl und als Gewürze ist da drin. Das lege ich euch sehr ans Herz. Garam Masala, das besteht aus, keine Ahnung, Salz, Kümmel, so eine Gewürzmischung, Zimt, schwarzer Kurkuma. Das kann man halt googeln, man kann das auch selber mixen. Wir haben das jetzt in der Türkei gemacht. Wasser ist da auch drin. Ja, Wasser, genau, immer wieder Wasser aufschütten, damit es nicht anbrennt. Und Sojasauce ist da drin und noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und sobald die Kartoffeln gar sind, mache ich den Reis da rein. Und wir machen gerade, kannst du einmal hier aufpassen, Bernd, bei Livia, hier Tofu in der Heißluftfritteuse und hoffen, dass der knusprig wird und wollten den so da drüber drauf geben. Ich teste das jetzt mal. So sieht es jetzt aus. Also, das ist marinierter Tofu. Das war so ein Fehlkauf. Der schmeckt wirklich gut aus der Heißluftfritteuse. Aber ich glaube, Räutertofu schmeckt noch geiler daraus. Und ja, das lassen wir uns jetzt mal alle hier schmecken. Unser Essen hat nicht gereicht. Also, wir haben noch Reis, aber diese Pfanne ist alle. Ich habe mir jetzt noch Reis mit Linsen genommen, ein bisschen von unserem selbstgemachten Krautsalat und ein Stück Avocado. Möchtest du auch Avocado, Livia? Ja, gebe ich dir. Ja, und ja. Letzte Mahlzeit. Bei mir gibt es jetzt noch mal Reis mit Linsen mit einer mini halben Avocado und selbstgemachten Krautsalat ein bisschen. Genau, ich matsche die einfach klein, die Avocado, und mixte die mir, also unterm Reis, unter. Und genau, dann geht es gleich ab ins Bett. Und das war mein Food Diary für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis heute Abend beim Daily Vlog. Tschüss!